Mit Zügen, Truppen und Vorräte ein. Wir rücken langsam vor, Schwelle für Schwelle, Schiene um Schiene. Sie sind unsere Skalpelle, die in das Herz Frankreichs stechen. Wir werden dieses Land aufschneiden und ausbluten lassen. Diese Offensive hat einen Decknamen, Operation Gericht. Ich weiß, dass diese Schlacht diesen schrecklichen Krieg beenden wird. Sie kommen. Erst das Bombardement, dann Massen von Infanterie. Aber unsere Bunker werden uns beschützen. Wir haben drei Verteidigungslinien, jeweils fünf Kilometer voneinander entfernt. Religiöse Seelen stellen sich die Hölle als flammendes Inferno mit glühender Kohle und extremer Hitze vor. Die Soldaten, die im Schnee an der Ostfront kämpfen, wissen es besser. Am Horizont ist wieder ein russisches Flugzeug aufgetaucht. Wir haben sofort das Feuer eröffnet, aber es hatte offenbar genug gesehen und drehte ab. Und wieder wurde unsere Stellung kurz darauf mit Granaten beschossen. We are losing objective apples. We are losing objective apples. Let's go! We are losing coeur. We are losing compared to bricks but to bên pouvez豆 birch by the usuars, però peutấn demstopper. Auffassen! Granate raus! We have lost the sector. Retreat to the next sector. We are losing objective butter. Retreat to the next sector. We have lost the sector. Retreat to the next 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 sector. Let's run! Oh, 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 oh! 50 Attackers remain We have taken We are losing objective action. Our defense is held. The Russian advance has been stopped. Be proud of this glorious achievement, men. Hope that they come again, for they are no match for us. The enemy is being reinforced with an armored train. We have reached the final objective. We have lost objective butter. We have lost objective butter. We are losing objective efforts. We have lost objective apples. We have lost objective force. 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 We have lost objective actors in the world. mozzarella